Ich werde jetzt trotzdem den normalen Reichmacher da jetzt benutzen, ne? Davon haben wir noch 6 Stück. Und ganz ehrlich, ich verwende jetzt einfach mal die, einfach nur aus Spaß. 70.000 Erfahrungen erhalten wir. Oh, das ist tatsächlich viel. Ach komm, dir noch mal so. Das ist aber viel. Schön. Sollen wir recht sein. Stärke sie haben. Hast du noch mal. Das ist aber viel gewesen. So, noch mal, noch mal Angriff dazu. Wichtig. 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 War mir auch nochmal wichtig. Du kriegst dann die ganzen So-Samen. Die ganzen Talent-Samen. Wachstumssamen kriegst du, weil du sowieso schon... So. Wenn bist du jetzt mal... Neko wird einfach mein Killer hier. Neko wird einfach der Killer dann. Außer bei Weisheitssamen, da weiß ich jetzt nicht, wie wir das. Da habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir Ringkashi bekommen. Immer noch so ganz verzweifelt, diese Hoffnung. Ja, es hat halt noch viel zu tun eigentlich für den, ne? Naja. So viel wird er niemals bekommen. So. Die Jahreszeit ändert sich. Uns ist es egal. Weil für uns ändert sich eigentlich nichts. Wir gehen da jetzt rein und gucken mal. Hier passiert schon mal ne... Es passiert was. Haha. Das war nämlich so klar, dass das passiert. You made it this far. The hero must have taken pity on you. Dolph, the Destroyer, I presume. After I framed you for the destruction of his village, I thought the hero would turn his ire upon you. So that was his plan all along. He went out of his way to let him live. You even managed to overcome that unfortunate curse of yours by having your little gang of monsters do the fighting. Perhaps we are cut off the same cloth after all. After all, just try not to let it go to your head. It would be unforgivably arrogant to believe you could displace father as master of monster kind. And to prove it, I'll crush your dreams here and now. God, you could at least make it a fair fight. Monsters, attack! Damn, we're completely outnumbered. I want to see your heads roll. Look out! You're... So low. Why have you come to help us? I'll explain later, once we've dealt with these Fiends. Klautern wir gerade meine EXP? We'll take the fight from here, Manslayer. We are coming here to conclude the reign of your terror. Yes, it's exactly a Sarev Nasei. Ah... Up close, you're not a bad looking individual. Maya, please. This is not the time. Doch, das ist die Zeit. Hey, hast du... Ne? Wir können uns hinterm Busch verstecken. Und Karten spielen. Ich kann aber nur Rommi. Achso, das wollt ihr nicht machen, oder was? Insufferable Weaklinge. Oh, once I've dealt with you, little brother. They're next on my list. Na, dann schauen wir mal. Hast du jetzt genug gequatscht? Na, endlich. Meine Güte, bla bla bla. Hier, bla 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 bla. Ich bedäufe dir, Erzähler. Das ist doch einfach Kämpfen. So, eine Gruppe von Monstern erscheinen. Na, das ist ja faszinierend. So, wo fangen wir an? Bei Flüssigmetallschleim. Und zwar... Hätte ich gerne Mega-Stärkung einmal auf uns. Die Ober-Todes-Maschine macht. Äh. Mach einfach mal das. Ich weiß gar nicht, was das ist. So, gucken wir mal. Du machst einfach mal... Du machst einfach mal das. Wir gucken einfach mal... Ich lese es so selbst nicht. Ein Energiestüpschen wäre... Wäre nicht schlecht. Mädchen, ein Energiestüpschen. Das war dermaßen wenig Schaden, dass ich gar nicht hätte... Ich konnte gar nicht aushalten, wie wenig Schaden das war. Das war ja... Zart. Das ist ein extrem lächerlicher Angriff. Okay, cool. Wissen wir das auch. Dann machst du halt einfach Helmspalter. Auf ihn. Neko macht... Ich hätte gerne... Weißt du was? Mach doch einfach mal deinen Höllen-Tonis hier. Dann hast du zwar keine MP mehr, aber ist ja egal. Und du machst mal zickzack-zuck, dass wir einfach mal sehen können, wie viele Dinger du hast. Wir machen nochmal Mega-Stärkung auf uns. Einfach nur, um uns ein bisschen zu verteidigen. Dass wir nicht mehr so viel Schaden bekommen. Störwelle ist immer doof, aber naja. Das war auch nicht viel. Ich glaube, die sind vielleicht auch sehr... anfällig... oder nicht so anfällig gegen Blitz. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr enttäuscht von unseren... Angriffen. Kriegsschrei kann man machen. Kann man nur, dass die alle hinfallen. Rostalinda. Sandiger Seufzer. Und du musst leider wieder Mega-Stärkung machen. Dies war es nicht mehr so questão, Ich habe einen Racken. Ich hoffe ja, dass seine Leute bald mal links und rechts sterben. Einfach nur, weil sie nerven. Mhm. Ausweichchance. Ein Tanz, der alle verbündeten Heide und da wiederbelebt. Auch Ersatzmonster. Der Benutzer stirbt und kann bis zum Ende des Kampfes nicht wiederbelebt werden. Vielleicht klappt's ja. War klar. So, Störwelle. War klar? Wir haben ein Scheiß-Team zusammengestellt. Das tut mir wirklich leid, aber wir haben ein Scheiß-Team zusammengestellt. Ich wünschte, wir hätten niemals Teams zusammengestellt. Gefühlt haben wir ein Scheiß-Team zusammengestellt. Ach man, doof. Das ist echt ungünstig. Ich hätte wirklich gehofft, dass das vielleicht ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Wir haben nie MP. Die Leute sterben nicht. Wir haben keinen Multi-Angriff. Du hast keinen Multi-Angriff. Und... Ja, mir... Mir fehlt so ein bisschen was. Weißt du? Der ist schon tot jetzt. Okay, gut. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir haben kein MP. Wir haben... Wir haben... Ah, ich will... Ich will unser altes Team back. Das Team ist nicht so. Das Team ist einfach nur zum Heilen. Wir haben... Wir haben... Mir fehlt mein altes Team tatsächlich. Dolph haben wir trotzdem besiegt. Was ist das nicht gut? Er wird mit Zuck geschehen! Geh für deine Leben! Was in der... Weißt du an wen du mich erinnerst? An Nappa. Von Dragon Ball Z. Weiß ich nicht. Du kannst mich wirklich nicht verletzen. Ha! Vater hat eine wirkliche Feinde auf dich. Ich gebe dir eine Chance für deine Leben. Hat er mir schon wieder EXP geklaut? Ja, aber wird deine Hand denn Solo sein? Also quasi Hand Solo? Ach Prinzessin. Ich hätte ihn auch erledigt. Ist das deine Freunde da? Wir sind hier! Schau, wer ist hier! Kurze Info, der Kampf ist vorbei. Ihr seid viel zu sch... Nein! Danke! Cool! Schön, dass ihr da seid! Danke! Ich hab geholfen! Ne, eigentlich nicht! Hm, hm, hm! Es scheint, dass du ziemlich die folgenden. Es ist Zeit, dass du das einmal und für alle eins konzentrieren kannst. Links und rechts waren noch Krüge. Ich würde mir die gerne angucken. Danke. Ich geh da jetzt mal nicht rein, ne? Ich geh da jetzt mal nicht rein, weil ich ein kleiner Feigling bin. Aber ein paar Mini-Medaillen wäre nicht schlecht. Äh... Sonst bohre ich ja mal ja nicht schwach. Ja, die Frage ist, ist er da drinnen oder... Ja gut, er ist da... Er ist da drinnen, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Na, wenigstens eine Mini-Medaille. Fehlend nur noch sieben Stück oder so. Bis zu unserem Metallschleimkönig. Der immer noch cool wäre, aber... Ich glaube, in lächerlich weiter Ferne. So, bevor wir da jetzt aber tatsächlich reingehen, mache ich erstmal die Aufnahmepause, weil das bestimmt alles ein bisschen länger dauern wird da drinnen. Also der finale Kampf findet erst beim nächsten Mal statt. Und ich bin einfach... Ich bin so... Was unser Team angeht, so... Mir fehlt wirklich... Mir fehlt einfach... Wisst ihr, wer mir wirklich fehlt? Hauptmann Grunz! Der fehlt mir wirklich! Hahaha! Der war einfach cool, weiß ich nicht. Ich hab den gemocht. Ich fand den cool. Ah... Naja. Okay. Wir hängen jetzt nun mal mit dem. Ist egal. Ich bin jetzt aber raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und... Tschüss! Tschüss! Tschüss!